Hallo und herzlich willkommen zu Let's Play Verkehrsgigant. Wir sind in der sechsten Mission in Pichel. Unsere Aufgabe ist es, 12 Millionen Wert zu schaffen, 70% Flächendeckung, 50% Arbeitsplätze, 30% Verkehrsreduktion, das Ganze bis Ende Jahr 8. Wir starten mit einem gewissen Fuhrpark sowie einigen, naja, nicht sonderlich schön gelegenen Bushaltestellen, die eine sinnvolle Verkehrsführung jetzt nicht wirklich fördern. Wir haben hier nämlich ein altes Unternehmen übernommen, das wir sanieren sollen. Deswegen stehen wir da mit Minus da und deswegen haben wir auch schon einen gewissen Fuhrpark. Ja, da kann man ihn sehen. Das sind die Fahrzeuge, die wir momentan haben. Dann bin ich auch gefragt worden, warum nicht die Missionsbeschreibung, die vor dem Erstellen der Karte gezeigt wird, warum ich die nicht mit aufnehme. Das liegt einfach daran, dass sich das Aufnahmeprogramm schlicht weigert, dieses mit aufzunehmen, sondern erst hier in der Karte bereit ist, die Aufnahme wirklich effektiv zu starten. So, dann wollen wir mal anfangen. Hier hinten ist ja schon mal ein interessanter Bereich hier, dieser Wohnblock. Dann kann man auch hier runter, Richtung Geschäfte, Stadion, Freizeiteinrichtung. Das ist ja auch mal was, was sehr beliebt ist und wo die Leute auf jeden Fall hinwollen. Und dazu reißen wir jetzt aber erstmal ein paar alte Haltestellen ab. Achso, wir haben noch kein Geld. Ja, ja, ja. Da war ja was. So. Du reißt ab da, die Sitzbank. Das können wir wieder nicht. Mann, 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 Mann. Okay, erstmal verkaufen wir Fahrzeuge, die wir nicht übernehmen wollen. So, das wären diese da. Die vier nehmen wir auf jeden Fall für den Start. Vielleicht verkaufen wir davon noch einen. Das müssen wir mal sehen, wenn es soweit ist. So, jetzt können wir hier auch abreißen. Denn die Bänke hier, die stören dann nachher hier unseren schönen Aufbau. Und bei meinem Glück übersehe ich dann nämlich die Hälfte. Und habe dann da irgendwo ein paar Haltestellen, die ich eigentlich gar nicht so haben will. Und was eigentlich noch erschwerend dazu kommt, bei meinem Glück ist es ausgerechnet die, wo dann nachher 5000 Leute stehen. Und da das hier bloß die einfache Sitzbank ist, wäre das natürlich nicht ganz so prickelnd. Wenn das ausgerechnet die ist, die dann stehen geblieben ist. So, weg damit, weg damit. So, genau. Jetzt sind wir da ganz gut aufgestellt. Wir rutschen hier noch ein bisschen rüber und können anfangen, sinnvolle Haltestellen zu bauen. Fahren hier einmal schön um den Block. Richten da auch direkt unsere neue Linie ein. So, die Nummer 1 steht. Du kannst dann da schon mal raus. Und dann möchte ich gerne hier unten dieses kleine Stückchen hier noch mit reinnehmen. Für den Start. Dass wir dann da auch noch ein bisschen Abdeckung haben. Das ist dann da rum. Kannst da nochmal anhalten. Da. Da. Da brauchen wir im Moment keinen. Und dann kannst du hier rumfahren. Neue Linie. Und dann haben wir auch gleich die Kreuzung zur 1. Also die überschneiden sich. Hier ist ja dann die Umsteigemöglichkeit. Das Ganze dann raus. So, und jetzt haben wir noch ein bisschen Taschengeld über. Wir könnten also noch 8 Haltestellen bauen. Und gucken, dass wir hier hinten noch irgendwo was mit angeschlossen bekommen. Wir bräuchten hier für die meisten Strecken aber mehr. Kommen wir sonst hier unten nochmal irgendwie mit rein. Dass wir hier so noch einmal rumfahren können. Titiliti. Das werden aber mehr Haltestellen, wenn wir hier einmal um den Block fahren. Da kommen wir mit den paar, die wir haben, nicht aus. Mit den paar Möglichkeiten. Ne. Wenn wir hier lang fahren. Dass wir hier hinten noch so eine kleine Linie einrichten. Und dann hier so vielleicht noch eine kleine Linie einrichten. Hier starten. Dann hier rüberfahren. Auf der Rücktour dann nochmal anhalten. Und dann gegebenenfalls hier nochmal lang kommen. Dann haben wir aber nicht mehr viel Geld übrig. Wir können uns aber auf jeden Fall hier noch die Linie mit antun. Wir haben dann da auch nochmal den Wechselbereich zur 1. Beziehungsweise die Weiterführung. So, dann wollen wir mal schauen hier, ob die Linien auch ein bisschen ausgelastet werden. Auf der 1 sind schon mal die ersten Fahrgäste. Auf der 2 sind Fahrgäste. Und auf der 3 sind Fahrgäste. Gut gut. Dann können wir uns mal hier noch um die Reparatur kümmern. Und natürlich, weil es nötig ist, auch wieder die Fahrer besser bezahlen, um darüber mehr Kunden ranzuholen. So, machen wir das Ganze mal in Übersicht. Wir können hier noch ein bisschen Gas geben. Ja, das sieht doch schon ganz brauchbar aus. Auf der 1 ist was los. Auf der 3 ist was los. Und auf der 2 ist auch ein wenig was los. Die Linien liegen zumindest momentan alle im Plus. Was doch schon mal eine sehr schöne Startgrundlage ist. Dann kommen wir hier auch wieder herrlichst ins Plus. Und wir können uns Gedanken machen über eine weitere Linie. Wir haben hier noch einen Bus zur Verfügung. Dann würde ich schon fast beinahe sagen, schließen wir hier hinten die Ecke an. So, hier unten lohnt es sich im Prinzip nicht. Und dann kannst du da über die 3 kreuzen. Wollte sich hier nochmal eine Haltestelle lohnen. Ja, auf der Gegenseite jedoch nicht. Dann schauen wir nochmal, dass wir das hier mit angeschlossen bekommen. Dann sitzt der letzte Bus nicht so sinnlos irgendwo in der Garage. Er kostet ja nichtsdestotrotz Unterhalt. So, zack, raus da. Und dann läuft das. Das sieht gut aus. Auch auf der 4 sind direkt Gäste, Fahrgäste. Dann können wir mal gucken, welche Fahrzeuge wir hier im Einzelnen eigentlich alles kaufen können. Also, wir kommen bis zum Elefant bzw. Wiesel oder hier den hier mit 45 Mann Kapazität. Dann würde ich da nämlich auch gucken, dass wir da zumindest für die 1 noch einen raufkriegen. Das sind 10 Haltestellen. Und die 1 hat schon relativ viel Auslastung. Also wäre das da der erste Bus, den wir erweitern. Bei der 2 ist es noch nicht ganz so nötig. Bei der 3 und bei der 4 auch nicht. Das geht alles noch. Also sparen wir hier für die 1. Dann hätten wir auf der 1 schon mal zwei Busse drauf. Na, nun komm, noch ein kleines bisschen. Jawohl, da konnten wir uns leisten. Also auf die 1. So, du startest da unten. Da ist jetzt ja gerade durch. Also warten wir noch ein Sekündchen. Und die 1, die ist schon sehr schön ausgefüllt. Ja, da ändern sich auch schon die Smileys. Das ist natürlich weniger schön. Also werden wir da gucken, dass wir demnächst eine Entlastungslinie bauen. Ja, das sieht aber ansonsten auf den restlichen Linien gut aus. Dann fangen wir doch schon mal an, hier die entsprechenden Haltestellen zu setzen. So, da die ist schon. Da noch einer mit drin. Und da ist ja schon die von der 3. Und sobald wir das Taschengeld haben. Die 1, ja, die ist schon ziemlich voll. Die 4 wird sich aber in Teilen auch schon beschwert. Die 2 legt auch gut los. Also da müssen wir auch bald entsprechend neue Busse haben. Neue Spuren. So. Dann können wir jetzt die 4 einrichten. Du kannst da starten. Du kannst da starten. Treffe ich den Wegpunkt wieder nicht. So. Star. Und dann da rum. Zuck. Fertig ist. Und raus mit dir. Dann kann dort die Spur auch schon mal ein bisschen vielleicht Entlastung bringen für die 1. Dass die 1 nicht mehr ganz so überfüllt ist. Dann braucht man auch unbedingt was für die 4. Da ist schon ganz schlechte Laune. Also wenn wir uns jetzt mal hier unten noch um die 2 kümmern. Gehen wir wieder rein hier. Ah, wir können den schönen großen bauen. 60 Personen Kapazität. Ist meines Erachtens immer noch einer der Busse mit dem besten Preis-Leistungs-Verhältnis. So. Du fährst dann da rum. Darum. Du kommst hier an. Und das war's. Genau. Neue Linie. Ja. Die 5 kommt auch langsam. Die 2 ist natürlich richtig voll. Fertig. Dann kaufen wir uns aber gleich den schönen großen Bus. Du wirst dann hier auf die 6 gehen. Du kannst dann da dein Werk vollrichten. Und dann haben wir da erstmal eine schöne Grundlage. Die 6 ist hier auch schon gleich voll. Dann werden wir die 1 und die 5 auf jeden Fall mit zwei großen Bussen bestücken. Die 2 mit einem großen Bus bestücken. Und auf die 3 und die 4 werden wir hier diese kleinen BRR, die wir noch haben, doch ein bisschen aufstocken, dass hier halt einfach ein paar mehr Busse fahren. Die sind zum Glück im Unterhalt auch nicht so teuer. Das heißt, wir können hier direkt noch einkaufen. Den schicken wir auf die 2 und können dann den hier rausnehmen. Den setzen wir dann auf die 3. Ein bisschen dicht hintereinander gesetzt. So. Das sieht ein bisschen geschmeidiger aus. Dann hängen die nicht ganz so auf einem Haufen. Dann werden wir die 1 erstmal aufwerten mit einem Bus als mit einem großen Bus. Zack, raus damit. Und du kommst raus. Und wenn du hier ein bisschen leerer bist, dass wir hier nicht gleich das ganze Geld wieder verlieren, kommst du da auch raus. So, perfekt. Machen wir eine normale Spielgeschwindigkeit. So. Dann kommt jener welche hier noch auf die 4. Dann haben wir da nämlich auch zwei Busse unterwegs. Und du bist jetzt hier eigentlich schon fast etwas unnütz. Und theoretisch gesehen könnten wir dich vertickern. Denn wenn wir jetzt hier natürlich die schöne große Produktion haben, dann macht der hier fast beinahe keinen Sinn mehr. Hat ja zumindest sein Fahrgeld wieder eingebracht. Halt, nein, das ist ein anderer. Du hier. 126.000. Auf der 5 fährt so ein kleiner. Den müssen wir auch noch austauschen. Zack, weg damit. Und dann gilt es noch, den auf der 5 auszutauschen. Zack. Zack. Gut. Und dann den auch noch weghauen hier. Hat ja auch seine Kosten soweit wieder eingespielt. Und dann sind wir hier mit den entsprechenden Bussen unterwegs. Und können jetzt hier ausgleichen, auffüllen. Also die 5 braucht noch einen weiteren Bus. Die 1 braucht noch einen weiteren Bus. den setzen wir dann direkt auf die 5. Wo ist der zweite 5er? Da hinten. Also kannst du hier bequem raus. Die 1 braucht dann auch dringend ein. Und dann müssen wir nämlich erstmal hier die Smileys alle wieder hochkriegen. Damit unsere Fahrgäste ja alle schön glücklich sind. Ja, ein bisschen klappt es ja. Der 6er ist noch ein bisschen. Oh, die 5 da. Da brauchen wir bald noch einen dritten Bus. Die eine alte Stelle hier, die ist ganz schön schlecht gelaunt. Hier hinten sind auch noch welche. Aber jetzt kriegen wir erstmal einen zweiten Bus auf die 1. Die 2 und die 6 bräuchten jetzt noch einen weiteren Bus. Das werden wir dann auch direkt machen. Ja, dann beruhigen sich die Smileys hier auch alle wieder ein bisschen. Ja. Und noch einen für die 6. Jawohl. Und raus damit. Dann haben wir auf jeden Fall auf jeder Strecke erstmal zwei Busse. So, vorausgesetzt, ich sortiere die auch richtig ein. Dann klappt das nämlich auch. Ja, die 6, die hat es mehr als nötig hier mit noch einem Bus. Aber hier ist allgemein relativ viel los. Selbst auf der 3 würde sich bald ein großer Bus lohnen. Weil, wenn wir uns das hier angucken, das ist da doch recht voll. Da ist eine ganze Menge los. So, wie sieht es hier im Zwischenstand aus? Wir haben jetzt den ersten Monat im dritten Jahr. Wir haben den Wert von 150.000. Haben 32% Flächendeckung, Arbeitsplätze um 2% und Verkehrsreduktion minus 11%. Also schon mal ein schöner Anfang. Dann werden wir uns jetzt nämlich mal einen neuen Bereich suchen, den wir hier mit anschließen können. So, aber eigentlich müssten wir hier noch teilweise die Plätze erweitern. Da müssen wir uns auch gleich noch drum kümmern. Also das, was wir momentan an Busmöglichkeiten haben, ist nicht ausreichend. Ich würde ja gerne hier unten diesen Winkel hier noch mit anschließen. Der kann hier schön über 3 und die 1 kreuzen. Und hier hinten so ein bisschen über die 2, beziehungsweise über die 6. Dann legen wir da mal los. So, hier 2. Dann kannst du hier reinfahren. Dann kriegen wir den Zoo da unten noch so ein bisschen mit eingeschlossen. Nein, auf der Seite weniger. Könnten wir hier hinsetzen. So, und im Zweifelsfall hier nochmal. Dann fährst du hier lang, hier an der 3 vorbei und hier hinten an der 1 und der 5 und kommst hier unten wieder runter. Sehr schön. Neue Linie. Dann haben wir hier hinten nämlich dieses relativ große Industriegebiet schon fast komplett mit abgedeckt und haben auf jeden Fall eine anständige Verbindung hier runter. Jawohl. Können wir gleich mal 2 Busse kaufen. Die werden wir nämlich auch mindestens brauchen. Wenn er da angekommen ist, werden wir den zweiten Bus mal losjagen. Und dann nochmal einen Blick werfen, wie sich die, Bob, der ist direkt voll, wie sich die restlichen Linien entwickelt haben. Jetzt, wo hier noch mehr angeschlossen ist, kann es durchaus sein, dass wir da mehr Busse brauchen. Hier die 3 zum Beispiel, die ist ja echt teilweise voll. Also mehr als die Busse hier Kapazität haben. Ja, die 7, die braucht auch richtig massivst Busse. Dann kannst du da gleich mit raus und dann basteln wir das Gegengewicht dazu. Dass wir darüber vielleicht noch ein bisschen Entlastung bekommen und die Linie nicht gnadenlos überquillt. So wie hier die 6 schon wieder. So, die auch angeschlossen. 2 Busse. Und los geht's. Ja, also die 7 müssen wir direkt erweitern. Die anderen, die sind immer so ein bisschen Mischmasch-mäßig. Mal ist 4 los, mal ist wenig los. Die 1, die 5, das wechselt immer so ein bisschen hier um. Da haben wir auch noch eine schlecht gelaunte. Also wir werden jetzt auf jeden Fall auf 3 Busse pro Linie erhöhen. Auf der 3 die Busse werden wir austauschen. Dann nehmen wir große Busse. Da es ja doch mittlerweile immer mehr wird. Jut, jut. So. Das läuft. Die Linien fahren alle schön im Plus. Sie sind teilweise auch ausgefüllt. Also legen wir mal los und wir kaufen... Da können wir aber ein bisschen die Geschwindigkeit nebenbei erhöhen. Wir kaufen jetzt für die 1 noch einen Bus. Zack, raus damit. Die 2 kriegt auch pauschal noch einen Bus. Die 3 tauschen wir aus. Da werden wir drei große Busse draufsetzen. Wir haben ja schon mal den ersten hier. Du kannst ja hier schon mal rumfahren. Du fliegst schon mal direkt raus. So. Der nächste große auf die Tour. Der kleine ist hier echt voll ausgelastet. Da sind immer noch 66 Leute. So. Du fliegst jetzt auch raus. Und wir kaufen noch einen dritten großen Bus dazu. Jetzt fahren sie beide hintereinander. In dem Moment warten wir dann ab, dass die doch ein bisschen sinnvoller durch die Welt fahren. So. Dann dürfte da oben sich die Haltestelle wieder beruhigen. Jawohl. Das sieht schön aus. Dann geht von diesen Bussen einer auf die 4. Und den anderen werden wir verkaufen. Da ist er. Da ist er. Raus. Und wir kaufen hier direkt noch Busse nach. Wir brauchen hier noch ein bisschen was. Die 5 kriegt auf jeden Fall noch einen ab. Die 6 kriegt auf jeden Fall noch einen ab. Die 7 und die 8 brauchen dann auch noch einen. Also einen müssen wir noch kaufen. Zack. Wir haben auf der 7 drei Stück und auf der 8 auch drei Stück. Damit die Linien sich hoffentlich alle halbwegs beruhigen und wieder fangen. Teilweise ist hier wirklich... Naja gut, wir kaufen noch einen Bus mehr. Das wird wohl nicht so ganz reichen. Dafür ist die 7 momentan jetzt wieder nicht ausgelastet. Also nicht so voll wie erhofft. Naja, lassen wir das erstmal laufen. Werfen wir nochmal einen kurzen Blick. 36% Flächendeckung, 17% Arbeitsfläche, 22% Gasreduktion und 1,2 Millionen Wert. Gut. Ne, das reicht nicht. Hier sind immer noch überall Negativ-Smileys. Also bis auf die 4. Wobei die 4 auch wieder mehr wird. Also noch überall ein Bus drauf bis auf die 4. Bei der 4 wird auch bald ein großer Bus fällig. Gut, tauschen wir die Busse auf der 4 aus. Dann fahren wir nur noch mit den ganz Großen. Das, was da schon wieder rumsteht, ist schon fast lohnenswert. Neue Straßenbahn. Gut, dann hat die 4 jetzt auch große Busse und auf den anderen Linien setzen wir auch noch ein bisschen was Großes drauf. Insbesondere hier, wenn wir uns die 8 angucken. Ich denke mal, dass das dann auch noch im Laufe der Zeit mehr wird, was hier an Fahrgästen kommt. So, die verticken wir erstmal und dann kaufen wir erstmal noch Busse ein. Ein Vierter auf die 1. Also diese ganzen Mengen werden dann trotz alledem nicht reichen. Oh, die 8 ist schon sehr schlecht gelaunt. Ist mir im Moment auch ein bisschen egal, wo die starten, die Busse. Hauptsache da geht noch was raus. So, und da die 7 und die 8 doch sehr lang sind, werden wir auf die 7 und die 8 noch einen weiteren Bus setzen. Dann fahren da 5. Sind ja auf 14 Stationen, also von daher schon alles okay. Ist genug Platz für diese ganzen kleinen Strecken. So, und jetzt müssen wir mal gucken, dass wir hier hinten den Part nochmal mit abgedeckt kriegen hier. Das Gebiet hätte ich auch noch ganz gerne mit angeschlossen. Wir kommen hier nur nicht so schön drumherum, da hätten wir so eine lange Linie. Und hier unten haben wir keine Haltestellen. Wir könnten hier natürlich auch noch pauschal eins einbauen oder halt mit dem Bus hier oben reinfahren. Das funktioniert natürlich auch. So, machen wir die ganze Geschichte hier mal ein bisschen langsamer. Dass wir hier hinten rumfahren und dann da oben rein. Gucken wir mal, wie wir das hier schön hinkriegen. So, den haben wir angeschlossen, den Bereich. Dann können wir hier noch einen mit reinsetzen. Und dann fahren wir da oben hin. Genau. Dann haben wir auch noch eine Kombi über die 7 und die 8. Und wir schließen an die 4 an. Wo starten wir dich? Du kannst hier unten eigentlich starten. Du bist ja da so ziemlich alleine unterwegs. Hier ist ja sonst kein anderer Bus da. Jawohl. Das sind 9 Stationen. Also da können wir auch direkt erstmal 3 Busse kaufen. Und die da fahren lassen. Und hoffen, dass hier sich überall die ganzen nicht ganz so prickelnden Smileys, ja sehr schön, wieder ein bisschen erholen. Dann haben wir unten hier auf jeden Fall das gesamte Gebiet mit einbezogen und können uns jetzt drauf versteifen, um noch ein bisschen mehr auszubauen. Ja, ist auch gleich voll die Strecke hier. Das dürfte uns richtig gut was gebracht haben. Ah, der Bus ist jetzt schon rappeldicke voll. Da ist noch nicht einmal eine Runde gefahren. Die Smileys erholen sich alle so ein bisschen. Das ist schön. Das ist sehr schön. Und wir richten noch eine neue Linie ein. Und fahren dann andersrum, um das dann hier auch noch mit abzuschließen. Jawohl. 1, 2, 3. Und drauf auf die 10. Immer noch so viele nicht ganz so gut gelaunte Smileys und mehr als überfüllte Bushaltestellen. Dann würde ich ja fast beinahe sagen, stocken wir auf den maximalen Busstand auf, den wir dort fahren lassen können. Wir machen genug Kohle. Wir haben jetzt fast 3 Millionen an Firmenwert. Sind im 9. Monat des Jahres 4. Haben die Arbeitsplätze bisher mit 20% abgedeckt. Flächendeckung 37% und die Verkehrsreduktion um 26%. Jetzt müssen wir natürlich nur noch gucken, dass wir die Smileys hier hochkriegen. Das schaffen wir natürlich am besten, indem wir möglichst viele Busse da fahren lassen. Damit die Leute ja keine lange Wartezeit haben und nach Möglichkeit auch alle mitkommen. Das werden wir dann aber erst in der nächsten Folge machen. Und bis dahin sage ich Tschüss und Und bis dahin sage ich, Tschüss und die Verkehrsreduktion um 26% abgedeckt. Und bis dahin sage ich, Tschüss und die Verkehrsreduktion um 26% abgedeckt.